Ja, wir sind im Buch der Sprüche, Kapitel 19. Und ja, wir wollen einfach weiter lernen von unserem Vater im Himmel, von seiner Weisheit. Wir wollen ein offenes Herz haben für das, was er uns lehrt, auch heute. Und in Vers 1 steht, besser ein Armer, der in seiner Lauterkeit lebt, als einer, der verschlagene Lippen hat und der dabei ein Tor ist. Wir haben immer wieder bei den Sprüchen dieses, es gibt etwas, was besser ist und was schlechter ist. Und wir sind ja auch dauernd dabei zu überlegen, was ist jetzt besser, was ist schlechter. Wir beurteilen Dinge, wir beurteilen ja auch unser eigenes Leben. Und es ist interessant, dass hier steht, besser ein Armer. Viele von uns, wir denken so, ja, arm zu sein, daran kann doch nichts Gutes sein. Aber es kann sein, dass es besser ist, arm zu sein, als etwas anderes zu sein. Es kann besser sein, arm zu sein, als reich zu sein. Nämlich, wenn du den geraden Weg gehst, in deiner Lauterkeit leben. Das bedeutet, den geraden Weg zu gehen, den geraden Weg Gottes, aufrichtig, gerade mit Gott zu gehen. Kann sein, dass es besser ist, arm zu bleiben, als reich zu sein. Wenn du nämlich den geraden Weg mit Gott gehst, dann kann es sein, dass du nicht jedes Schnäppchen mitnimmst. Dann kann es sein, dass du nicht dir die Taschen füllen kannst. Wenn du dann deine Steuererklärung machst und den geraden Weg gehst und nicht krumme Wege. Wenn du bei der Wahrheit bleibst. Wenn du alle deine Einkünfte angibst und nichts verschweigst. Na ja, darüber kann man ja hinwegsehen. Weiß ja keiner. Was das Finanzamt nicht weiß, das macht es nicht heiß. Auch wenn du kein gutes Einkommen hast. Das Verrückte ist ja, das betrifft ja jeden. Arm oder reich. Diese Sache betrifft ja jeden. Die super Reichen, die eigentlich überhaupt kein Problem damit hätten, eine halbe Million als Steuern abzudrücken. Die hätten trotzdem immer noch irgendwie 20 Millionen oder was weiß ich. Aber die versuchen irgendwo einen Weg zu finden, wo sie drumherum kommen, Steuern zu zahlen. Und die Armen, sie suchen auch immer wieder den Weg, wo ich doch noch irgendwie drumherum komme. Manchmal tun wir es bewusst, manchmal tun wir es auch unbewusst, dass wir eben sagen, na ja, ich weiß ja nicht so genau, wie das ist, aber ich informiere mich auch lieber nicht. Ja, es gibt viele Gesetze in Deutschland, das ist alles sehr kompliziert, das Leben in Deutschland. Man muss sich leider sehr gut informieren, damit man die Dinge auch richtig macht. Das ist aber der gerade Weg Gottes, dass wir uns der Regierung unterordnen und dass wir unsere Steuern zahlen. Nicht schwarz arbeiten, die Einkünfte angeben. Auch als Hartz-IV-Empfänger, ich weiß, es ist total schwer, es ist total hart. Aber hier steht, es ist besser, arm zu sein und in Lauterkeit zu leben, den geraden Weg zu gehen. Warum ist es besser? Weil Gott sich daran freut. Weil ich im Frieden mit Gott bleibe und lebe. Weil ich, ja, in der Art und Weise ein Zeugnis bin für meine Mitmenschen. Am Ende habe ich Schande davon, wenn ich meine verdrehten, krummen Wege weitergehe. Es wird irgendwann offenbar werden, spätestens im letzten Gericht. Und dann werde ich belämmert dastehen. Also es ist besser, arm zu sein und den geraden Weg zu gehen, als sich die Taschen voll zu hauen und krumme Wege zu gehen. Ohne Erkenntnis ist selbst Eifer nicht gut. Und wer mit den Füßen hastig ist, tritt fehl. Als ich den Spruch gestern gelesen habe, habe ich gedacht, oh ja, Jörg, da hast du gerade mit zu tun. So oft bin ich dabei, dass ich schnell irgendwas raushaue, schnell irgendwas sage, schnell irgendwas tue. Ich denke, ja, das muss ich jetzt mal sagen, das muss ich jetzt mal tun. Und denke, ich mache was Gutes. Und ratzfatz habe ich ins Klo gegriffen. Ohne Erkenntnis. Erstmal innehalten. Erstmal nachdenken. Erstmal Gott fragen. Und vielleicht jemanden, der irgendwie zuständig ist für irgendwas. Nicht einfach drauf losmachen. So schnell meine ich es gut und mache es aber so schlecht, weil ich keine Erkenntnis habe. Weil ich nicht wirklich begriffen habe, was hier jetzt richtig und gut ist. Es gibt Verse hier in Römer 10, die uns auch vor Augen führen, dass es auch, ja, selbst wenn ich Gott was Gutes tun will, wenn ich, wenn ich es doch, ja, ich glaube an Gott und ich will ja auch das Gute tun, was Gott sagt und ich will es, ja, und will eifrig darin sein, Gottes Willen zu tun. Selbst da kann ich völlig daneben liegen. Wie Paulus es über seine Volksgenossen, die Juden, schreibt. Er selbst ist Jude gewesen und durch die Gnade Gottes durfte er Christus erkennen, seinen König, seinen Retter, seinen Heiland. Und dann schreibt er hier, Brüder, Geschwister, das Wohlgefallen meines Herzens und mein Flehen für sie zu Gott ist, dass sie gerettet werden. Denn es waren viele Juden, die nicht umgekehrt sind zu Christus, die Jesus nicht als ihren Messias angenommen haben. Und da war eine tiefe Kluft zwischen denen, die gläubig geworden waren und denen, die Jesus abgelehnt haben, ja, die Christus sogar bekämpft haben. Wie reagiert Paulus darauf? Er sagt, ich habe eine große Sehnsucht, ich habe einen großen Wunsch, nämlich, dass sie gerettet werden. Und das ist das Wohlgefallen meines Herzens, wenn sie gerettet werden. Und deswegen flehe ich zu Gott, deswegen bete ich zu Gott, dass sie gerettet werden mögen. Wie wunderbar wäre es gewesen, wenn die Christen in den 2000 Jahren sich diesen Vers zu Herzen genommen hätten und so mit den Juden umgegangen wären. Oft haben sie daran versagt. Oft haben sie gemeint, sie sind die Verfluchten. Und den Verfluchten, da trete ich auch nochmal drauf. Das ist aber nicht der Wille Gottes, die dem Evangelium ungehorsam sind, die Verlorenen, die Gott retten möchte. Und unser Herz sollte so sein, dass wir Wohlgefallen haben daran, dass Menschen, die Jesus noch nicht angenommen haben, gerettet werden. Und unser Gebet sollte es auch sein. Und gerade das auserwählte Volk Gottes, die Juden, gerade sie, der Augapfel Gottes. Ja, er hat einen wunderbaren Heilsplan mit ihnen. Und unser Gebet sollte sein, dass sie gerettet werden. Und Vers 2 sagt Paulus dann, denn ich gebe ihnen Zeugnis, dass sie Eifer für Gott haben, aber nicht mit rechter Erkenntnis. Warum kann er Zeugnis geben? Weil er selbst so einer war. Er war ein Eiferer für Gott. Ein Pharisäer. Ein hingegebener Streiter für Gott. Mit so viel Eifer. Ja, dieser Eifer hat ihn dazu gebracht, Christen zu verfolgen. Menschen zu verfolgen, die an Jesus geglaubt haben. Sie ins Gefängnis zu stecken. Sie zu quälen. So wie Jesus es gesagt hat. Am Ende wird es so sein, dass die Menschen, die euch verfolgen, sagt er zu seinen Jüngern, die euch ins Gefängnis stecken, die euch sogar töten, meinen, dass sie damit Gott einen Dienst erweisen. So fehlgeleitet kann unser Eifer sein, wenn uns die Erkenntnis fehlt. Und jetzt erklärt uns Paulus das mit dem religiösen Eifer. Denn da sie Gottes Gerechtigkeit nicht erkannten und ihre eigene aufzurichten trachteten, haben sie sich der Gerechtigkeit Gottes nicht unterworfen. Sie haben nicht verstanden, was die Gerechtigkeit Gottes eigentlich ist. wie gerecht und heilig Gott ist. Und dass Gott uns seine Gerechtigkeit in dem Messias, in dem König Jesus schenkt. Dass wir sie uns nicht selbst erarbeiten können. Dass wir nicht uns durch unsere Taten in einen Stand versetzen können, wo wir vor Gott bestehen können. Das ist das Fleisch, was Paulus da als Fleisch bezeichnet. Unsere sündige Natur. Wir versuchen uns selbst ein Königreich aufzurichten. Wir versuchen uns selbst einen Namen zu machen. Wir versuchen selbst groß rauszukommen. Wir suchen danach etwas zu sein, Bedeutung zu haben. Keiner sieht uns, keiner beachtet uns. Wir müssen irgendetwas tun, damit wir gesehen, damit wir beachtet werden. Das ist tief drin in unserem Fleisch, in unserem Wesen. Ein Streben. Und wir können in diesem Streben sehr eifrig sein. Und es kann sehr gut aussehen. Wisst ihr, man kann eifrig und strebsam darin sein, viele böse Dinge zu tun. Aber man kann auch sehr eifrig und strebsam darin sein, gute Dinge zu tun, mit einer bösen Motivation, mit einer falschen Motivation. Und das ist das, was Paulus hier aufdeckt. Er sagt, diese Menschen, sie reden von Gott, sie glauben an Gott, sie finden Gottes Gebote gut, sie streben danach, Gottes Gebote zu halten, aber ihre Motivation ist falsch. Sie tun es, um sich selbst einen Namen zu machen, um sich selbst gerecht sprechen zu können, um sich selbst am Ende auf die Schulter klopfen zu können und zu sich selbst sagen zu können, das hast du aber gut gemacht. Oder andere dazu zu bringen, dass sie es tun. Ja, ja, das hast du aber gut gemacht. Und das ist das Fleisch. Es möchte das. Es sehnt sich danach. Das ist die treibende Kraft dieses Eifers. Und es fehlt die Erkenntnis. Es fehlt die Erkenntnis, dass ich es nie, niemals schaffen werde. Dass es Selbsttäuschung ist, wenn ich mir selbst irgendwann auf diese Schulter klopfe, dass es dann staubt. Wisst ihr? Von dem Dreck. Jeden Tag bin ich angewiesen auf die Vergebung und Gnade meines Gottes. Jeden Tag. Jeden Tag. Immer wieder der Griff ins Klo. Immer wieder liege ich daneben. Immer wieder entspreche ich nicht der Gerechtigkeit Gottes. In meinem Denken, in meinem Reden, in meinem Handeln. Jeden Tag bin ich auf die Gnade und Vergebung meines Gottes angewiesen. Wie kann ich dann ein Streben danach haben, irgendwann etwas zu sein aus meinen eigenen Kräften, aus meinen eigenen Möglichkeiten, aus meinen eigenen Fähigkeiten. Vergiss es. Lass es endlich sterben. Es ist gekreuzigt mit Christus, dieses fromme Fleisch. Ich muss Gott nichts mehr beweisen. Ich kann es ihm auch nicht. Was sollte ich ihm denn beweisen? Dass ich ein elender Sünder bin, das weiß Gott. Dass ich es nicht gebacken kriege, dass ich, dass ich, na, das weiß Gott doch alles. Es ist, am Ende ist es Rebellion gegen Gott. Auch das ist Rebellion gegen Gott. Sie unterwerfen sich nicht dem Plan Gottes. Gott hat diesen Plan. Er hat gesagt, ich mache es für dich. wie Jesaja dem Volk Israels in seiner Vision gesagt hat. Er ist es. Er trägt die Schuld des Volkes. Nimm es doch an. Nimm es an, dass er für deine Schuld gestorben ist. Und das bedeutet, ich höre auf zu streben, meine eigene Gerechtigkeit aufzurichten. Denn das bedeutet, dass ich Christus zur Seite stelle und sage, nee, jetzt brauche ich ihn nicht mehr. Ja, früher habe ich ihn gebraucht. Jetzt brauche ich ihn nicht mehr. Früher, ja, da habe ich viel Scheiße gebaut. Aber jetzt, jetzt bin ich ein guter Mensch. Jetzt bin ich gerecht und heilig. Jetzt brauche ich Jesus nicht mehr. Ich brauche ihn jeden Tag. Ich brauche seine Gnade, seine Gerechtigkeit als Geschenk, als Gnadengeschenk für mich. Sprüche 19. Ohne Erkenntnis ist selbst Eifer nicht gut. Und letzten Endes geht es um die Erkenntnis Gottes, dass ich Gott kenne. Seine Liebe, seine Barmherzigkeit, seine Größe, seine Herrlichkeit. Und wisst ihr, wo kann ich Gott am besten kennenlernen? Wenn ich Jesus betrachte, wenn ich sein Leben betrachte, sein Sterben betrachte, dann wird mir doch klar, das werde ich nie erreichen. Und das ist der Standard der Gerechtigkeit Gottes. Das werde ich nie erreichen. Und Gott will das auch gar nicht. Gott sagt, ich habe es getan, in Christus, in meinem Sohn, habe ich es getan. Nimm es doch an, es ist dir geschenkt. Und dann, das ist die richtige Art und Weise der Motivation, gute Werke zu tun. Aus dem Frieden darüber, dass ich in Gottes Augen geliebt bin, dass ich sein Kind bin. Es gibt nichts Größeres, was du erreichen kannst, keinen größeren Stand, den du erreichen kannst, als ein Kind Gottes zu sein. Und das ist dir geschenkt. Du bist ein Kind Gottes fertig, weil Jesus für dich gestorben ist, weil Jesus sein Leben gegeben hat. Er hat dir seine Gerechtigkeit geschenkt und hat deine Ungerechtigkeit genommen. Das zählt, das gilt für alle Ewigkeit. Darin kannst du ruhen, darin kannst du zur Ruhe kommen. Und dann kannst du erfüllt mit dem Heiligen Geist diese Wege gehen, diese Schritte gehen, in den Werken wandeln, die er vorbereitet hat. Und musst mit diesen Werken nichts beweisen, niemanden irgendwas vorführen, nicht irgendwelches Lob einheimsen von dir selber, von anderen. Wir gehen weiter in Vers 3. Die Nahheit des Menschen führt ihn in die Irre, aber auf den Herrn ist sein Herz wütend. Hier offenbart Gott auch unser sündiges menschliches Wesen. Wir gehen in die Irre, wir bauen Scheiße, wir setzen unser Leben in den Sand und was machen wir? Wir sitzen dann da und sagen, Gott, was hast du gemacht? Und da sind wir wie Adam und Eva. Adam, der sagte, als Gott ihn fragte, was hast du da getan? Hast du von dem Baum genommen, von dem du nicht nehmen solltest? Sagt nicht Adam, oh Vater, ja, ich hab's getan. Bitte vergib mir. Nein, was sagt er? Die Frau, die du mir gegeben hast, die hat's mir gegeben, dann hab ich gegessen. Was sagt er im Endeffekt? Gott, du bist schuld. Aber Gott sagt uns hier durch Salomo, es ist deine eigene Nahheit, es ist deine eigene Torheit, dein Verblendetsein, deine Rebellion gegen Gott, die dich hineingeführt hat in die Irre. Du selbst bist schuld. Oh, das mögen wir nicht hören. Nein, wir lassen uns lieber sagen von der Psychologie, meine Eltern, die sind schuld. Wir suchen überall die Umstände, ja, die sind's gewesen. Und natürlich haben alle diese Dinge Einfluss in unser Leben, aber wenn wir uns der Wahrheit nicht öffnen, dass am Ende wir selbst verantwortlich sind, ich bin's gewesen. Ich hab diese Scheiße gebaut. Dann werden wir nicht, diese befreiende, dann wird sich diese befreiende Tür nicht öffnen. Die Tür in Vergebung, in Reinigung, in Versöhnung, in Frieden mit Gott und unseren Mitmenschen. Wie oft ist es, wenn wir in Streitereien sind, in Kämpfen mit einer anderen Person und einer gibt dem anderen immer die Schuld und sagt, ich konnte ja gar nicht anders, weil du. Und dann sagt der andere, nee, aber ich hab das nur gemacht, weil du. Und so schiebt man die Schuld hin und her, hin und her. Keiner will sie nehmen. Keiner will sie auf sich nehmen. Und ist es nicht ein großes Wunder, dass Gott uns durch einen gerechten Mann, der nichts Böses getan hat, keine Sünder getan hat, dieser gerechte Mann, der der einzige gewesen wäre, der hätte sagen können, ich bin nicht schuld, ihr seid schuld. dass er gesagt hat, gebt sie mir die Schuld, ich nehme sie auf mich, ich sterbe für euch, okay, gut, ich nehme das auf mich, dann bin ich der Schuldige. Und das ist der Weg, wie Gott, Gottes Weisheit, Gottes Größe, Gottes Herrlichkeit, das ist der Weg, wie wir Freiheit von unserer Schuld bekommen. Dass wir ja sagen, okay, gut, Gott, du hast es getan, Jesus, du hast die Schuld getragen, okay, danke, dass ich bei dir meine Schuld loswerden kann. Aber du kannst es nur empfangen, wenn du sie bekennst, wenn du dich zu ihr stellst, zu deiner Schuld, wenn du sagst, ja, ich habe es getan, ich habe gesündigt, solange du dich verweigerst und sagst, nein, ich bin nicht schuld, meine Eltern, meine Frau, mein Mann, meine Kinder, mein Chef, die sind schuld, wirst du keine Vergebung bekommen, wirst du keinen Frieden mit Gott haben. Deine Schuld bleibt und du wirst sie nicht los. so viel du auch versuchst, sie wegzuwälzen und wegzuschieben auf andere, erst wenn du sagst, Herr, sei mir Sünder gnädig, ich habe es verbockt, dann öffnet sich die Tür in die Herrlichkeit Gottes und Gott sagt, dir ist vergeben, mein Sohn hat alles getragen, er hat deine Schuld bezahlt, du bist gerechtfertigt, du bist angenommen, du bist geliebt, mit deiner ganzen Schuld, die ganze Schuld, ich reinige dich davon durch das Blut Christi, dir ist vergeben. Und so wird auch Versöhnung unter uns möglich, dann kann ich sagen, ja, ich bin es gewesen, das ist meine Schuld. Aber oft ist es etwas, was wir deswegen nicht hinkriegen, weil wir es gar nicht wahrnehmen, weil wir blind dafür sind. Jesus sagt, du siehst diesen fetten, dicken Splitter im Auge deines Nächsten, du siehst noch nicht, du nimmst den gar nicht wahr, du hast einen Balken im Auge, checkst es denn nicht. Damit wir hineinkommen in diese Gnade, in diese Vergebung, in diesen Frieden mit Gott und in den Frieden miteinander, müssen wir beten, Herr, zeige mir, zeige mir meinen Balken. Und dann tut er das, ganz gnädig, tut er das, Stück für Stück, zeigt er uns unseren eigenen Balken. Und wenn du es dann richtig merkst, dann brichst du zusammen und sagst, Herr, sei mir Sünder gnädig. Jetzt checke ich erst, was ich für ein Arsch bin. Jetzt checke ich erst, was meine Sünde, wie groß meine Sünde ist. Jetzt merke ich erst, dass es unmöglich ist für mich, mit dir und auch mit anderen Menschen Gemeinschaft zu haben. Es ist doch klar, dass die Menschen ständig, dass ich ständig anecke, dass ich ständig Probleme mit anderen Menschen habe. Jetzt wird es mir klar, das liegt an mir, das liegt nicht an den anderen. Es ist meine Sünde. Lass uns da umkehren zu Gott. Nicht mehr wütend sein und zornig auf ihn, sondern lass uns die Augen öffnen. Er möchte uns die Augen öffnen dafür, dass wir selbst dafür verantwortlich sind, dass wir in die Irre gekommen sind. Und er will uns das nicht nur zeigen, sondern er möchte uns an die Hand nehmen und uns da wieder nach Hause führen. Das ist das Wunderbare. Gott zeigt ja nicht mit dem Finger auf uns. Er sagt, du bist schuldig? Okay, ich nehme dir deine Schuld ab. Ich nehme dir diese Last ab. Ich reinige dich davon. So wunderbar ist unser Gott. Vers 4 Reichtum verschafft immer mehr Freunde, aber der Geringe, sein Freund trennt sich von ihm. Dazu passt Vers 6 Viele umschmeicheln den Edlen und jeder ist der beste Freund des freigiebigen Mannes. Alle Brüder des Armen hassen ihn. Wie viel mehr halten sich seine Freunde von ihm fern? Das ist auch ungerecht, oder? Da ist einer reich und dann wird er noch reicher dadurch, dass er so viele Freunde hat. Und der Arme, der eigentlich Beistand braucht, Freunde, Leute, die ihn ermutigen, der wird im Stich gelassen. Keiner will mit ihm zu tun haben. Warum ist das so? Wegen unseres sündigen Wesens. Wisst ihr, wenn wir einen Freund suchen, wenn du dir einen Freund wünschst, ich weiß nicht, viele von uns, wir sitzen hier, wenn du jetzt mal darüber nachdenkst, hast du einen guten Freund? Vielleicht fällt dir einer ein oder zwei oder drei. Vielleicht denkst du aber auch, nee, eigentlich habe ich gar keinen guten Freund. Und wenn du dir jetzt überlegst, ja, ich wünsche mir eigentlich einen guten Freund. Warum wünschen wir uns einen guten Freund? Weil wir uns jemanden wünschen, der für uns da ist, der uns Aufmerksamkeit gibt, der uns Bestätigung gibt, der uns ermutigt, der uns Gutes tut, der uns zuhört, wenn wir Not haben in unserem Herzen, der uns hilft, wenn wir praktisch in Not geraten sind. Wir suchen einen Freund, warum? Weil wir etwas haben möchten. Die allerwenigsten von uns suchen einen Freund, weil sie jemanden suchen, dem sie etwas geben können. Und wenn sie jemanden suchen, dem sie etwas geben können, dann nur, weil sie hoffen, von ihm etwas zurückzubekommen, nämlich Lob und Anerkennung. Dieses Gefühl, gebraucht zu sein. Also, das ist alles selbstsüchtig. Unsere Sehnsucht nach einem Freund ist immer selbstsüchtig. Wir wünschen uns einen Freund, weil wir etwas haben möchten. Deswegen haben die Reichen so viele Freunde. Weil der ist reich, bei dem kann ich etwas bekommen. Und der ist arm, der hat nichts Anziehendes, der kann mir nichts bieten, der ist nur eine Last für mich, mit dem möchte ich nichts zu tun haben. Auf den habe ich keinen Bock. Das ist so eine Nervensäge. Nee. Ich suche mir jemanden anders, wo ich was bekomme. So sind wir. Aber weil wir so sind, ist echte gute Freundschaft so selten in unserer Welt. Und was ist mit den Armen? Ja, die haben dann keine Freunde. Die stehen dann da und sind allein. So viele Menschen, die heute allein sind, oder? So einsam. So verloren. Da ist es so wunderbar, dass in Kapitel 18, Vers 24 steht, dass es einen Freund gibt, der uns näher ist als jeder Bruder. Wisst ihr, der, der am reichsten war, hat sich arm gemacht, ist in diese Welt gekommen, um von seinem Reichtum auszuteilen, um uns allen reichlich auszuteilen. Er ist genau dieser Typ, der sich den Armen zuwendet, demjenigen, der nichts hat, der ausgestoßen ist, der völlig unattraktiv ist und gibt sich ihm hin, ist für ihn da, segnet ihn. Das ist unser Jesus. Er war reich, aber er ist arm geworden, um durch seine Armut uns reich zu machen. Er ist dieser Freigiebige. Hier steht, hier steht in Vers 6, jeder ist der beste Freund des freigiebigen Mannes. Jetzt schaut euch Jesus an. Er gibt gerne von seiner Kraft, von seiner Vollmacht, seiner Heilungskraft, er teilt sie aus. Viele Menschen sind gekommen, alle sind sie gekommen mit ihren Kranken zu Jesus. Massen von Menschen haben sich gesammelt um ihn und alle wollten, hey Jesus, kannst du nicht noch meine Tochter anfassen und für sie beten? Kannst du nicht noch mit deiner heilenden Kraft meine Mutter berühren? Kannst du nicht hier? Alle kamen sie an und was hat Jesus gemacht? Nee, ich habe keine Zeit. Nee, das ist mir zu lästig. Nein, er hat sich hingegeben. Er hat gedient, freigiebig hat er seine Zeit, seine Kraft geopfert, für Menschen da zu sein. Noch und nöcher. Manchmal hatte er keine Zeit zum Essen, weil ständig Leute kamen. Er war ein freigiebiger Mann und die Leute sind geströmt. Alle wollten sie Freunde dieses freigiebigen Mannes sein. Warum? Weil sie die Gabe gesucht haben. Aber die wahren Freunde sind dann die geworden, die ihm gefolgt sind, die er gerufen hat und die dann mit ihm gegangen sind, auch durch das Leiden, die er an seiner Seite gestanden hat. Und wisst ihr, als er seine schwerste Zeit hat im Garten, geht Semanee, wisst ihr doch, da hat er seine Freunde gerufen, seine engsten Freunde. Petrus, Johannes, Jakobus, komm, seid mit mir in dieser schweren Not. Mein Herz ist so betrübt, zu Tode betrübt. Ich muss jetzt diesen schweren Weg ins Leiden gehen. Ich weiß nicht, wie ich damit klarkomme. Seid, wacht doch mit mir und betet mit mir. Ja, Jesus, klar. was machen sie? Sie pennen ein. Dreimal. Aber Jesus war nicht alleine. Sein Vater war mit ihm. So hat Paulus das ja auch erlebt. Haben wir letztes Mal oder vor ein paar Wochen gesehen. Paulus, der erlebt hat, als ich vor Gericht stand, keiner war mehr da. Keiner hat es mir beigestanden. Aber mein Freund Jesus, er stand mir bei. Jesus möchte uns zu seinen Freunden machen. Und dafür hat er sich vollkommen hingegeben. Uns Arme beschenkt mit allem geistlichen Reichtum, wie wir heute Morgen gehört haben. Wir sehen es auch in dieser wunderbaren Geschichte von Zachäus, dem Zöllner. Er war ein reicher Typ, aber er war arm. in seiner Seele. Krank. Er hatte keinen Freund. Obwohl so viele Freunde um ihn waren, aber keinen echten Freund. Alle wollten nur was von ihm und er wollte nur was von ihnen. Dieses eine Hand wäscht die andere. Dieses Prinzip. Aber er war auf der Suche. Er hatte eine große Sehnsucht. Und dann hat er von Jesus gehört. Einem Freund der Zöllner und Sünder. Da hat er gedacht, den will ich mal sehen. diesen Zöllner Freund. Er hat diesen freigiebigen Mann gesucht. Er hat auch Mangel gehabt und hat gesucht, wo kann ich diesen Mangel stillen? Wer kann mir helfen in meiner Not? Und dann hat er Jesus gesucht und ist auf diesen Baum geklettert. Und Jesus ist vorbeigezogen mit all diesen Menschenmassen und ist dann plötzlich stehen geblieben unter diesem Baum. Er hat gesagt, hey Zachäus. er kannte ihn mit Namen. Und dann sagt er zu ihm, komm schnell runter, ich muss heute bei dir zu Hause sein. Ich will in dein Leben, ich will in dein Zuhause. Ich möchte mit dir sein, mit dir essen, mit dir leben. Und Zachäus, er war so berührt, er war so bewegt, er ist runtergesprungen von dem Baum, hat gesagt, ja klar Herr, komm. Er hat sich so gefreut, dass Jesus mit ihm, dass Jesus sein Freund sein wollte. Er hat selber seine Armut so sehr gespürt, aber er war plötzlich so reich geworden, weil Jesus kam in sein Leben hinein. Und wisst ihr, was es dann mit ihm gemacht hat? Er war vorher ein Steuereintreiber, einer der Leute ausgesaugt hat, der sich bereichert hat auf dem Rücken anderer. Was ist dann plötzlich passiert? Er wurde selbst zu einem freigiebigen Mann. Er hat gesagt, hey, wenn ich irgendwas veruntreit habe, ich will es vierfach erstatten, aber ich will noch weitergehen, ich will die Hälfte meines ganzen Besitzes, will ich den Armen geben. Plötzlich ist er selbst zu einem freigiebigen Mann geworden, brauchte nicht mehr irgendwo zu suchen, wer kann mein Freund sein, wer kann mir helfen, wer kann für mich da sein. Nein, ich habe einen Freund, der für mich da ist, mein Ein und Alles, der mich reich gesegnet hat. Ich kann jetzt geben, freigiebig sein. So will Gott uns in der Freundschaft, so will Jesus uns in der Freundschaft zu ihm so verändern, so verwandeln, dass wir aufhören zu suchen, zu streben nach Anerkennung, nach Lob, nach Ermutigung, danach etwas sein zu müssen, sondern wir sind etwas, wir sind in Jesus, Kinder Gottes und können begreifen, verstehen, wie reich gesegnet wir sind und können geben, ohne etwas zurückzuverlangen, ohne, dass wir Menschen von uns abhängig machen, ohne, dass wir ständig dahinter her sind zu hören, dass wir geliebt und anerkannt sind. Wir sind zufrieden, wir sind ruhig in der Liebe Gottes. Das will Gott uns schenken. Jesus, wir danken dir für diese Gnade. Wir danken dir, dass du gekommen bist als der Reiche, der alles hatte, dass du ganz arm geworden bist und uns gleich geworden bist und dennoch in einem bestimmten Punkt nie so, wie wir geworden bist. Du bist kein Sünder geworden, sondern du hast gegeben, du hast dich selbst hingegeben. Du bist der Diener geworden, der sein Leben selbst hingegeben hat für uns. Jesus, wir preisen dich und danken dir für dieses wunderbare, großartige Geschenk deiner Gnade. Wir danken dir, dass wir in deinen Augen wertvoll und, ja, wertvoll, wertgeachtet sind. Danke, Herr, dass du uns deine Gerechtigkeit schenkst und wir wollen uns beschenken lassen und wollen diesem ganzen Streben in uns. Ja, wir wollen es wirklich gestorben sein lassen. Es soll keinen Raum mehr in uns haben. Herr, wo es sich immer wieder regt und immer wieder erhebt, wir wollen immer wieder uns daran erinnern und daran festhalten, wir sind gestorben mit Christus. Jetzt lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Ich brauche nicht mehr zu streben, ich brauche nicht mehr zu suchen, sondern ich habe gefunden. Gott hat mich gefunden. Danke, dass du mich gefunden hast, Vater. Danke, dass du mir so viel vergeben hast, so viel Schuld. Danke, dass du mir immer wieder vergibst. Danke, dass du mir gnädig auch diesen Balken offenbarst, mehr und mehr, der in meinem Auge ist. Herr, gib mir durch deinen Geist die Kraft, ihn auch herauszuziehen. Herr, ich möchte wirklich in Gratheit, in Aufrichtigkeit deinen Weg gehen und will dir vertrauen, dass du für alles sorgst, was ich brauche. Danke, dass du das tust, Herr. Amen. Amen. Amen.